Musik Sie schreiben in dem Buch, neben den fachlichen Dingen, aber auch etwas über die Holznot. Sie empören sich darüber, dass das ganze Land entwaldet ist. Ist dieses Buch nicht auch ein politisches Buch? Ein politisches Buch? Ach du meine Güte, das ist eine typische Frage aus einem völlig anderen Jahrhundert. So kann man das zu meiner Zeit nicht sehen. Natürlich habe ich mich über die Verschwendung und den Raubbau am Wald empört und geärgert. Natürlich habe ich Lösungen vorgeschlagen. Aber Politik machte zu meiner Zeit der Kurfürst und König allein. Da musste man ganz vorsichtig sein. Deshalb habe ich ihm ja auch das Buch gewidmet und von ihm das Privileg zum Druck erhalten. Sie haben ganz Europa bereist auf Ihrer Kavaliers-Tour. Sie waren in Skandinavien, Frankreich, Holland, Italien. Was hat Sie auf dieser Reise geprägt und was haben Sie von dieser Reise mitgebracht? Ja, in der Tat. Ich bin viel herumgekommen, habe überall lernen dürfen und habe viel gesehen. Es ist das Lernen, die Offenheit für Neues und das Forschen, das mich geprägt hat. In Skandinavien sind fast alle Häuser aus Holz gebaut, sogar die Kirchen. In Frankreich schaut man sehr auf die Eichen, die für den Schiffsbau unentbehrlich sind. Hier habe ich auch die vorzüglichen Anweisungen zur Forstwirtschaft von Ludwig XIV. kennengelernt. In Venedig habe ich die Werften besucht und so die Qualitätsansprüche der Schiffsbaumeister an das Holz studiert. Herr von Galowitz, ist das Problem zu Ihrer Zeit vergleichbar mit dem Problem, das wir heute haben? Das Hauptproblem, wie auch zu meiner Zeit, ist die Trägheit der Menschen. Der nachlässige Umgang, das nicht ins Handeln kommen, weil es immer noch irgendwie ging, die Energiefrage zu lösen. Erst wenn die Not so groß ist, dass dem Menschen das Wasser bis ins Maul steht, dann besinnt er sich und verändert sein Verhalten. Vorher nicht, leider. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017